Hallo Freunde der großen Explosion. Heute habe ich eine gute Weihnachtsoption. Ein Server eröffnet wieder seinen Adventskalender. Mr. Cookie ist hier bei der Spender. Es erwarten euch Spiel, Spaß und eine gute Stimmung. Was fehlt, ist eure Regelwerkszustimmung. Auf dem Server erwarten euch wieder Geschenke mit Glühwein als Getränke. Auch dieses Jahr bin ich am Start, denn Weihnachten naht. Ich hoffe, ihr habt Freude darauf. Auf einen guten Serverablauf.